Im Autozentrum Saffewil wird in elf Berufsbildern lernend ausgebildet. Einer davon stellen wir dir vor. Ich bin Bruno Vier, ich bin der Lehrer als Automobilmechatroniker und ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und komme diesen Sommer noch ins Vierter. Beim Automobilmechatroniker macht man eigentlich alles rund ums Auto. Im Gegensatz zum Fachmann hat man dann noch etwas mehr mit der Elektrik und Elektronik zu tun. Aber auch viel technische Arbeiten wie zum Beispiel Getriebe oder Motoren oder Radaufhängungen. Man muss rund ums ganze Auto Bescheid wissen und alles können, was mit dem Auto zu tun hat. Ich mache diese Lehre, weil ich habe mich schon früh angefangen für Autos zu interessieren. Auch wegen meinem Vater, der hat mir schon viel technische Sachen gezeigt früher. Und so bin ich eigentlich auf diese Lehre gekommen. Ich mache die Lehre in EMI frei, weil ich finde das eine sehr eindrückliche Bude hier. Viele Mitarbeiter, viele gute Leute und auch viele verschiedene Sachen. Also dass man hier Werkstätten zusammen mit Spenglereien und Lagierereien hat. Und das finde ich eigentlich am Spannendsten, dass man vor allem etwas sieht. Und auch die vielen verschiedenen Marken, die man hier drauf arbeiten muss. Also Toyota, Chrysler, Jeep, Lancia, Ford. Eigentlich alles ist dabei. Das Spannendste bis jetzt ist, ich durfte ein Getriebe an einem Ford Ranger machen. Und eigentlich alles, was mehr ist wie ein kleiner Service, ist eigentlich schon spannend für mich. Bist du interessiert? Dann bewirb dich bei unserem Autozentrum Saverwil. Auf Wiedersehen!